Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist PhoenixPVP und wir spielen heute mal eine Runde Skywars auf dem gomahd.net-Server auf der Map Skyland mit dem Assassine-Kit. Ich habe heute mehrere Themen anzusprechen und die Themen, die ich ansprechen will, seht ihr gleich nach dem Intro. Also würde ich mal sagen, bis gleich! So, wie ich schon gesagt, ich habe mehrere Themen anzusprechen. Wir machen das Stück für Stückweise, also schön zählich, alle Themen mal durch und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Thema an. In dem ersten Thema geht es so mehr oder weniger, würde ich sagen, um mich und ich erkläre euch jetzt einfach mal, was ich damit meine, also meine Hobbys und wie alt ich bin und so, dass ihr einfach mal wisst, was für ein Typisch bin und auf was für Videos und so ihr euch drauf freuen könnt und ja, so. Also, ich bin 14 Jahre alt, werdet im nächsten, am 1. Februar 15 und ja, soviel zu meinem Alter. In real life heiße ich Janis und meinen Minecraft-Namen kennt ihr ja, also nicht meinen Minecraft-Namen, meinen YouTube-Kanal-Namen, PhoenixPVP. In Minecraft heiße ich hier Mr. Morla, seht ihr ganz oben, der oberste Spieler. Mr. Unterstrich Morla123, PhoenixPVP ist leider schon vergeben. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den ersten Mate hier bekommen, der hat das Pyro-Kit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat einen Feuer-Resistance-Drank schon getrunken, also verlieren wir jetzt hier leider erstmal etwas Leben. Oh Leute, der mir. Oh mein Gott, ich glaube ohne Geppel wären wir verbrannt. Oh mein Gott, Leute, okay. Meine Hobbys sind Fahrrad fahren, mit Freunden was machen, zocken und Fußball spielen. Ich habe früher in den Verein gespielt, aber ich spiele mittlerweile in keinem Verein mehr. Habe mir einfach nicht mehr so Spaß gemacht, in den Verein Fußball zu spielen. So, dann machen wir uns mal kurz hier einen Dia-Helm. Oh mein Gott. Er laggt, sorry, aber muss jetzt sein, ich muss dich trotzdem töten, auch wenn du lagst. So, der nimmt mir auch down. Die Hose ist da vor der Lava, Gott sei Dank ist nicht in die Lava reingefallen. Und jetzt fangen wir, wie gesagt, einfach mal mit dem zweiten Thema, wo ich ansprechen will, an. Und im zweiten Thema geht es ganz einfach um meinen Designer. Also wer die Thumbnails macht, wer den Banner so gemacht hat. Also mein Designer heißt Rave Designs, falls ich falsch ausgesprochen habe, sorry. Ich habe euch hier auch nochmal den Namen eingeblendet. Okay, da wirft jemand Schneebälle. Das ist natürlich nicht so nice. Und ja, der Link zu Rave Designs, dem Kanal, ist natürlich auch wie immer, was heißt wie immer, das ist das zweite Video, okay. In der Videobeschreibung verlinkt auf jeden Fall. Und schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Lasst bei ihm vielleicht einen feurigen Daumen da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Okay, den haben wir auch. Und ja, ihr könnt ja auch mal in meinen Kommentaren schreiben, wie ihr die Designs von ihm findet. Würde mich um ihn wahrscheinlich sehr, sehr freuen auf jeden Fall. Er war jetzt auch schon das zweite Thema, wo ich so ansprechen wollte. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ah, der will uns hier runterhauen. Nö, 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 so nicht. So, das war es jetzt eigentlich schon vom Designer. Dann kommen wir mal weiter. Mein Uploadplan. Also ich habe jetzt noch keinen festen Uploadplan. Also steht nicht fest, wann, wie viel Uhr und an welchen Tagen die Videos kommen werden. Dazu muss ich halt sagen, das zweite Halbjahr hat es nicht begonnen bei uns. Also mir noch nicht das Zeugnis bekommen. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, es wäre jetzt Schwachsinn, wenn wir jetzt schon einen Uploadplan machen. Und in ein, zwei Wochen, wenn wir jetzt Zeugnis bekommen, einen neuen Stundenplan bekommen. Und dann habe ich ganz anders der Zeit. Und dann müsste ich nochmal extra ein Video machen. Das fand ich halt unnötig. Deshalb mache ich es jetzt so, dass später erst ein Uploadplan Video kommt. Okay, wir haben auch gewonnen. GG. Finde ich auf jeden Fall so besser. Ihr könnt euch jetzt momentan einstellen, aufstellen, alles klar einstellen. Das ist so zwei, zwei, okay. Gerade wird etwas verpeilt. Drei Videos in der Woche kommen. Und ja, das ist so ungefähr jeden zweiten Tag. So Leute, ich habe mir gedacht, wir spielen hier noch eine zweite Runde. Minecraft auf der schönen 1x8er Map, die ja relativ neu ist. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Sorry Leute. Und ich habe noch ein Thema anzusprechen. Und das wäre, kommen noch Projekte mit anderen YouTubern. Also ihr habt ja den Kanal-Trailer gesehen. Da war jetzt zum Beispiel nichts mit anderen YouTubern. Und auf jeden Fall, es kommen Projekte mit anderen YouTubern. Auf jeden Fall, darauf habe ich auch Bock. Es sind ja auch schon der eine oder andere kleinere YouTuber auf dem Kanal. Und in der Beschreibung verlinkt. Zum Beispiel den I'm2Frogs oder den Netix. Schaut auf jeden Fall bei den coolen, feurigen Boys auch mal vorbei. Wäre auf jeden Fall nice von euch. Und so. Es ist auch schon ein Projekt geplant, das nicht mit Minecraft zu tun hat. Also es ist ja kein reiner Minecraft-Kanal. Ich habe mal, es ist so um 90% ein reiner Minecraft-Kanal. Das ist auch schon der erste Gegner. So, gerade mal kurz konzentrieren, dass wir den hier bekommen. Geheilt. Okay, dann sollten wir nicht bekommen. Ja, auf jeden Fall. Das war es jetzt eigentlich. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung freuen. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es so geflasht habt, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bye, bye. 10a. AfD fertilitschen. частиater. strategy, deprim commit metre K und nachdenke. Bis zum nächsten Mal. Sowie dazuziehen